Was geht ab Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Farron und wie ihr sehen könnt geht es um den Versionshinweis von heute oder vom 28. August 2024. Wie schon vorher vorgetragen bzw. wie schon vorher angekündigt wurde, geht es hier hauptsächlich um die Nerves, die wir eigentlich schon vor einer Woche bzw. vor zwei Wochen hätten bekommen sollen. Die wurden nochmal überarbeitet und werden jetzt live auf die Spiele-Server geupdatet. So im Groben und Ganzen 4 Stunden Downtime, so wie immer. Wir haben von 9 Uhr bis 13 Uhr haben wir die Downtime ungefähr voraussichtlich. Arkan wurde überarbeitet, ganz ganz viele Mechaniken wurden vereinfacht, das heißt die TP zum Beispiel, die man bei der 15 Bar Mechanik hat in Gate 1 im Normal-Modus, die der Boss wiederbekommt, wenn die Schilde zerstört werden. Wenn ihr außen rumlaufen müsst, da blinkt die Glocke, bla bla bla. Die Mechanik. Die TP, die er da wiederbekommt, wurde verringert, er macht weniger Schaden, seine Korrosion und seine Pestwunde macht weniger Schaden. Das heißt, ihr kriegt weniger Dot-Damage für die Stacks und so weiter und so fort. Das Problem hier dran ist, dass die Übersetzung, was ich immer nicht verstehe, gerade unter der harte Kritik hier dran, was ich immer nicht verstehe ist, warum die nicht zu den einzelnen Skills, also bzw. zu den Nerves, irgendwie ein Mini-Video mit den Skills machen oder mit der Mechanik selber. Weil ganz, ganz oft, sichere Zone Mechanik würde mir jetzt per se gar nichts sagen. Was ist die sichere Zone Mechanik? Ähm, ja, im Groben und Ganzen, ich gehe einmal kurz drüber, vielleicht sagt euch das Ganze was und dann könnt ihr selber entscheiden, wie das Ganze funktioniert. Der Schaden der Spieler, äh, der Spielern, während der sichere Zone Mechanik zugefügt wird, wenn Maurug seinen Sperr wirft, wurde verringert. Keine Ahnung, welche Mechanik die meinen. Die Menge an TP, die Maurug für jede fehlgeschlagene Schildzerstörung nach dem TP-Balken zurückgewinnt, wurde verringert. Okay, das ist relativ easy, das ist die 15-Bar-Mechanik, ja. Die verstehe ich. Die Wirkung der Schwächungszauber-Korrosion und Pestwunde, die Maurug einsetzt, wurde verringert. Relativ easy, das ist der Dot, ja. Und wenn ihr getroffen werdet, kriegt ihr so ein, ähm, so was wie einen Armor Break, also einen Debuff, äh, und der Schaden davon wird auch verringert. Relativ easy, da, das ist ganz easy. Der Schaden, den Maurug-Spielern nach der Gefangenschaft zufügt, wurde verringert. Gefangenschaft ist, äh, wenn ihr in der letzten Phase seid, ja. Ihr habt das mit der Glocke geschafft und so, ihr springt auf die letzte Plattform. Dann macht ihr ja einmal diese Mechanik, wo einer eingefroren ist. Wenn wir den befreien, werden alle anderen eingefroren. Und danach kommt eine rote Attacke, die eigentlich alle one-shottet. Diese Mechanik, äh, der Schaden wird verringert. Ja, relativ easy. Ähm, im normalen Modus ist es so, die Mechanik der sicheren Zone, keine Ahnung, wenn Maurug einen oder zwei Sperre wirft, wurde dahingehend geändert, dass jetzt immer nur zwei Sperre geworfen werden. Sagt mir nichts, vielleicht sagt es euch was. Der hervorderliche Taumelschaden bei der Taumel-Mechanik wurde verringert. Das ist sehr, sehr easy, ja. Müsst weniger Stagger-Schaden bringen. Wenn Spieler den Schwächungszomber geschwächte Pest-Assimilation läutern müssen. Also in der ersten Mechanik, wo ihr, wo ihr cleanse müsst, ja, wo ihr von dem, äh, gelben Buff auf den roten Buff cleanse müsst, ja. Ähm, der Taumelschaden wird, äh, wird einfach verringert. So, dass ihr eine bessere Chance habt, falls ihr zu spät glänzt, ja. Dass ihr immer noch die Chance habt, das Ganze zu, ähm, zu schaffen. Relativ easy, ganz simpel, ja. Ja, wie gesagt, die sichere Zone-Mechanik, vielleicht wisst ihr das, schreibt es in die Kommentare. Ich hab da gerade keinen Plan. Also, das Einzige, was mir einfällt, ist die Mechanik, wo der, bevor die Secret Inanna kommt, ja, wo man Stagger müsste, da wirft er ja die Speere in die Luft. Aber da wirft er immer zwei in die Luft, das verstehe ich nicht. Hm. Oder ist es das mit dem, äh, ich bin, ich bin, ich bin verwirrt. Also sagt mir halt gar nichts. Ich bin auch nochmal, ich geh auch so im Kopf den Fight durch. Mir fällt da nichts ein, ja. Ähm, Portal Nummer zwei, also Gate zwei, ja. Normal- und Solo-Modus, die Menge an Pest, die man erhält, wenn man von Arkhan getroffen wird, wurde verringert. Relativ easy, euer Meta-Gain ist niedriger, also weniger. Die Schadensverursachung der Mechanik, die Schatten verbergen, wurde geändert. Die Spielerinnen erhalten jetzt jedes Mal zusätzlichen Schaden, wenn sie dem Schatten nicht korrekt folgen. Okay, also, wenn ihr nicht im Schatten bleibt, kriegt ihr einfach nur Damage, ja. Äh, während der Laternenübertragung wird die vom Monster verwesende Sippe, ja. Äh, vergebene Schwächung, Angst verkürzt. Okay, also die grünen Monster, die euch normalerweise, ähm, vieren, ja. In der Football-Mechanik, äh, die, die Saphir, die, dieses in Angst versetzen, wird einfach verkürzt. Also ihr rennt nicht mehr eine halbe Stunde in irgendeine Richtung. Relativ easy, ja. Der Effekt Lähmung wurde aus einigen Mustern der Null-TP-Mechanik entfernt. Okay, die Null-TP-Mechanik ist die Stagger-Mechanik. Äh, die Distraction-Mechanik. Welche Lähmung? Vielleicht, dass man gestunt werden kann, äh, wenn die Bar voll ist? Verstehe ich auch nicht ganz. Also die Übersetzung ist ganz komisch. Äh, der normale Modus, ja. Die Mechanik, um Schaden zu verursachen, wenn Arkans sich auflöst, um seine Sensor auf einen zufälligen Spieler zu werfen, wurde geändert. Das ist, äh, bei der Red-Mechanik, Red-Dot-Mechanik, ja. Äh, wo ihr dann den Donuts ausweichen müsst und er dann, äh, irgendwann den, äh, den One-Shot macht. Ein Spieler erhält nun kritischen Schaden, wenn er zweimal vom selben Muster getroffen wird. Okay, what? Also muss ich zweimal von der, von, von der Sense getroffen werden? Also bekomme ich beim ersten Mal eine Debuff? Okay, verstehe ich nicht. Also, auch schwierig übersetzt. Ganz, ganz schwierig übersetzt. Also ich gehe davon aus, dass es die Red-Mechanik ist, ja. Ähm, wo in der Mitte die rote Pfütze ist und dann außen um die rote Pfütze entstehen immer so rote Donuts. Und du musst, man kämpft auf ihr, auf 6 Uhr gegen ihn. Und nach dem vierten Angriff oder so, ähm, also nach dem, vor dem vierten Donut, ähm, verschwindet. Und dann verschwindet der und macht dann, auf irgendeinem Spieler hat er Agro und macht dann so einen Sensenschlag. Normalerweise würde der sehr, sehr viel Schaden machen. Ähm, man kann den, ich kann den mit Damage Reduction und so mit dem Paladin tanken. Aber ein normaler Spieler, also ein Damage-Dierer stirbt auf jeden Fall. Zu 100%. Bedeutet das, dass ich jetzt zweimal getroffen werden kann und dann erst sterbe oder dann erst den maximalen Schaden kriege? Verstehe ich noch nicht. Also super schwer übersetzt. Die Gegenangriffszeit, also Counter, des Doppelgängers von Arkans Geist in der 0TP-Mechanik wurde erhöht. Ihr habt eine längere Chance zu countern. Es ist nicht mehr so, okay, Counter ist da, Counter ist weg, sondern Counter ist da und dann ist Counter erst weg. Also ihr habt ein bisschen mehr Zeit zu countern in der 0TP-Mechanik, was sehr, sehr nice ist. Portal 3, ähm, Normal- und Solo-Modus. Der Schaden vom schwarzen Laser, äh, die von Statuen in der Mechanik rotierende Statuen geschossen werden, wurde stark verringert. Also wenn ihr in dem Laser steht, habt ihr immer so 20k pro Tick gekriegt. Jede Sekunde irgendwie 22.000, 30.000, was auch immer. Ähm, das haben die verringert, stark verringert sogar. Hier steht sogar stark verringert. Ähm, die für Gegenangriffe verfügbare Zeit wurde leicht erhöht. Also zum Kontern habt ihr mehr Zeit. Relativ easy. Das ist jetzt für Normal- und für Solo-Modus. Das, was nur für den Normal-Modus ist, verringerte Menge des erhöhten Pestmeters im Kampf gegen Arkans. Ja, ihr kriegt weniger Pestmeter, relativ easy. Äh, verringerte Menge an Schaden, der durch Guillotine-Klingen in der 4-Wege-Taumel-Mechanik verursacht wird. Also, ihr habt bei 190 Bars habt ihr die Taumel-Mechanik, wo ihr, wo ihr den Laser blocken müsst, um das Schild zu entfernen, damit ihr Taumeln, also staggern könnt, ja. Oder einen Stagger machen könnt. Relativ easy. Und in der Mechanik kommen ja Sensen runter. Und der Schaden dieser Sensen wird verringert. Relativ easy. Ähm, die Schwächung langsam wurde verringert, wenn man in der Mechanik Seelenabsorption mit der lilanen Linie verbunden ist. Und einige Muster verursachen jetzt Lähmung anstelle von gestoßen. Okay, relativ easy. Wenn ihr den lilanen Laser von links nach rechts tragen müsst, also von 9 auf 3 Uhr tragen müsst, damit ihr den Boss staggern könnt. In der, was ist das, 140 Bar-Mechanik oder so, 160, 160 Bar-Mechanik, ja. Ähm, dann werdet ihr nicht so schnell verlangsamt. Also die, die, ihr werdet weniger schnell verlangsamt. Das mit dem, mit dem Lähmung anstelle von gestoßen verstehe ich nicht. Und einige Muster verursachen jetzt Lähmung anstelle von gestoßen. Keine Ahnung, also verstehe ich wieder nicht. Ähm, die Respawn-Zeit für Pestsporen auf der Karte wurde deutlich erhöht. Das ist sehr, sehr geil. Das heißt, diese Flächen, die grünen Flächen, erscheinen deutlich weniger schnell. Aber nur im Normal-Modus, ja. Das ist sehr, sehr nice. Ähm, bei der Fluch-Mechanik, die eine der drei Farben beschwören kann, erscheint der schwarze Fluch nicht mehr. Das ist das mit den Farben. Ähm, grün, wo ihr die Flächen ablegen müsst. Blau, wo ihr zusammenlaufen müsst. Rot, wo ihr auseinanderlaufen müsst. Also vom Target weg. Und, ähm, schwarz, wo ihr eigentlich hinter dem Boss stehen müsst. Die schwarze Bänder gibt es halt nicht mehr. Ja. Ja. Der Schaden von Arkans Sense wurde so geändert, dass er nun allmählich auf Basis der Trefferzeiten im Pikabu-Muster steigt. Wenn Arkans verschwindet und die Sense auf einen kampffähigen Spiel... Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wenn jemand übernommen wird, ähm, passiert ja Folgendes, dass Arkans dann zu dem Gegner, also zu dem Spieler geht und den One-Shot möchte mit der Sense. Also, anscheinend ist das kein One-Shot mehr, sondern erhöhter Schaden anhand der Trefferzeiten im Pikabu-Muster. Was auch immer das bedeuten soll. Warum machen die da keine Bilder zu? Die maximalen TP von Zombiespielern wurde gesenkt. Das ist relativ easy, wenn jemand übernommen wurde, ist der leichter zu killen jetzt. Das ist auch wichtig, finde ich auch gut. Verstehe ich nicht, warum das nicht auch im Hard-Modus ist. Das ist nur der normale Modus, ne? Okay, das ist Arkans. Änderungen sehen eigentlich clean aus. Ähm, paar Sachen verstehe ich nicht, aber vielleicht könnt ihr mich aufklären. Relativ easy, ja? Ikidna-Updates. Portal 1. Normal und schwieriger Modus. Die Schadensmenge der Luftangriffe der Drachenflammen wurde verringert. Und Spieler fallen jetzt nicht mehr, wenn sie getroffen werden. Drachenflammen ist, wenn dieser ganz große Drache in der Anfangsphase, ja, wo ihr dem Schatten folgen müsst. Der Schatten geht über den Boden, ja, und danach kommt so eine Drachenflamme. Diese Drachenflamme macht weniger Schaden und sie nockt euch jetzt nicht direkt. Sehr, sehr nice ist. Die Dämonenlegion dringt während des Kampfes gegen Narkil nur noch zweimal, vorher dreimal ein. Ähm, okay, verstehe ich nicht. Die Dämonenlegion dringt während des Kampfes gegen Narkil. Welche Dämonenlegion? Okay, es kommen irgendwelche, irgendwelche Viecher. Das hast du in der Anfangsphase, hast du Viecher? Okay, keine Ahnung. Ähm, ich hab jetzt gerade drüber nachgedacht, dass es die erste Mechanik ist, wo man wirklich gegen Narkil kämpft. Äh, die erste Hauptmechanik mit dem, ähm, wo am Ende gecountert werden muss. Wo du dich in Rot oder in Schwarz reinstellen musst, je nachdem, ja. Out, one, out und dann... Aber bin nicht sicher, keine Ahnung. Äh, vielleicht kommen auch einfach nur eine Runde weniger Monster oder so. Nach dem Erscheinen von Agris, das ist der zweite Boss, haben wir die Erkennungsdistanz des Räuchergefäßes in der Sequenz, in der man das Räuchergefäß finden muss, erhöht. Also für die Non-Stagger-Party, also die Leute, die gegen Narkil kämpfen, ihr habt eine erhöhte Reichweite, wo ihr die, ähm, Urne schon erkennen könnt. Ja, relativ easy, ganz, ganz simpel. Das ist die 50-Bar-Mechanik, ja. Äh, beziehungsweise... Ja, ist die 50, also sobald einer auf 50 Bar gebracht wurde, ähm, muss ja das Stagger-Team die Monster killen, damit die die Farbe ansagen können und die anderen müssen scouten. Und in der Scouting-Phase, ja, wo ihr das aufdecken müsst, ähm, hat eure, hat euer Spieler einfach eine höhere Sichtreichweite für die, äh, für die Urnen. Relativ gut, ist okay, kann man machen, ist sehr, sehr nice. Schwieriger Modus, im Endkampf mit Narkil erzeugt das Manipulieren des Räuchergefäßes nun eine rote Aura um den Spieler, damit es etwas leichter ist, die Bedingung zu erkennen, dass man das Räuchergefäß nicht manipulieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig, den Fehler hatte ich auch schon im Hard-Modus, ja. Ähm, wenn, wenn ihr bei der, wenn ihr unter 50 Bar seid bei, bei Narkil, ähm, steht oben auf 12 Uhr ein Räuchergefäß. Einer von, von euch muss dieses Räuchergefäß entgegennehmen und dann stackt so ein Buff hoch, äh, nennt die Buff hoch über der Mana-Leiste. Und wenn der bei 100 ist, stirbt die Person. Du kannst aber sagen, bei 92 gebe ich die wieder ab, also legt den Rauch wieder in die Urne und dann muss jemand anderes den Rauch nehmen. Jetzt wird anhand eines roten Markers oder eines roten Kreises, was auch immer, angezeigt, dass irgendjemand diesen Rauch schon hat, ja, was sehr, sehr nice ist. Was das Ganze einfacher erkennbar macht. Weil folgendes passiert, wenn jemand stirbt mit dem Rauch, ähm, landet der Rauch nicht wieder in der Urne, sondern wird weitergetragen auf jemand anderes. Und ich hatte, ich hatte im Kopf irgendwie, dass das wieder in der Urne landet und ich das wieder rausnehmen muss. War aber nicht so. Das heißt, ich war super verwirrt in, äh, in, äh, im letzten Client, den ich hatte. Ähm, was super, super nervig war. Ähm, dadurch macht es das einfacher. Das ist gut, ist eine gute Änderung, finde ich gut. Ähm, Portal 2. Normal und schwieriger Modus. Ähm, geänderte Wirkung der Schwächungen, Flüstern der Verführung und Dominanz der Verführung. Die Dauer der Schwächung von Flüstern der Verführung wurde von 60 auf 30 Sekunden geändert. Das ist der Debuff, den ihr, den ihr dreimal hochstaken könnt in Gate 2. Und beim dritten Mal werdet ihr übernommen. Davor war es immer, der Debuff klingt erst nach einer Minute ab, jetzt nach 30 Sekunden. Das ist sehr, sehr nice. Spieler werden nicht mehr von den Basisangriffen freundlicher NSCs getroffen, die durch die Fähigkeiten verbündeter Streitkräfte während der Schwächung, äh, Flüstern der Verführung erzeugt werden. Relativ easy übersetzt, wenn ihr übernommen seid, und da ist jetzt zum Beispiel, ihr seid bei der Bubamama und ihr werdet übernommen, weil ihr gegrabt wurdet. Tar tötet euch nicht mehr, der kann euch nicht mehr angreifen. Ja, weil normalerweise ist Tar währenddessen schon dran, ja, ihr werdet gegrabt und dann, ähm, sterbt ihr automatisch. Oder ihr seid in der, ihr seid in der, äh, im Ketter, im Hard-Modus und wir haben zum Beispiel Efernia gerufen, den Feuer-Typi, ja. Und wir haben gerade, ähm, das mit dem Jump Rope, also ihr müsst über diese lilanen Balken springen und irgendjemand schafft das nicht, wird übernommen. Dann tötet Efernia einen nicht direkt, was sehr, sehr nice ist. Es ist sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Quality-of-Life-Änderung, würde ich sagen. Kein Nerf oder so, aber eine gute Änderung. Wir haben die Anzahl der Angriffe, die nötig sind, um einen Spieler von der Schwächung, Versteinerung zu befreien, um 50% reduziert. Okay, Versteinerung. Ah, okay, das ist, wenn, bei der Spiegelmechanik, ja, ähm, in der ersten Phase, wenn da jemand, ähm, den falschen Spiegel-Count hat, wird er versteinert, beziehungsweise gefangen genommen. Und die Anzahl der Angriffe, die er dafür braucht, sind extrem hoch gewesen und haben immer sehr, sehr viel Panik ausgelöst. Das passiert jetzt um 50% weniger, also ihr braucht weniger Angriffe. Was sehr, sehr nice ist, da reicht eigentlich eine Flammengranate und dann ist der da raus. Die Schwächung, Versteinerung wurde aktualisiert, damit Spieler nicht mehr sterben, wenn ihre Befreiung fehlschlägt. Das ist auch sehr, sehr nice. Das heißt, man könnte rein theoretisch als Supporter ein Schild geben währenddessen. Die Leute können den ignorieren, ja, und der stirbt am Ende einfach nicht mehr. Der kriegt zwar kontinuierlich Schaden durch die, durch die Wellen, die da auf den zukommen, das ist eigentlich eine gute Änderung, eine sehr, sehr gute Änderung. Wenn Spieler das Muster nicht schaffen, ja, die aus dem Spiegel gezogene Energiekugel nach Ekitna zu treffen, beendet dies den Raid nicht mehr, sofort, sondern beendet den Raid erst, wenn es zweimal passiert. Das heißt, ihr habt ja dieses, äh, von Blau zu Blau, vom Spiegel bis nach Ekitna, müsst ihr so eine Schlange bilden, oder müsst ihr diesen Lichtkegel zu ihr führen. Wenn ihr das einmal nicht schafft, seid ihr nicht tot. Beim zweiten Mal ist es auf jeden Fall ein Walp. Das ist cool, ist okay. Macht das Ganze auf jeden Fall einfacher. Der Zyklus, in dem Ekitna Fliegenfallen erschafft, wurde verlängert. Das ist etwas, wo wir uns gestern nicht sicher waren. Der Zyklus, in dem Ekitna Fliegenfallen erschafft, wurde verlängert. Heißt es, okay, es gibt zwei Fliegenfallen, relativ easy, ja. Das ist die Mechanik, die bei 7 Minuten 40 immer gecheased wird von den Supportern. Der Supporter geht an eine Stelle, pingt an eine Stelle, macht seine Awakening, bla bla bla. Dann wartet ihr, bis der blaue Telegraph fast voll ist. Dann geht ihr raus, wartet, bis der nächste blaue Telegraph voll ist. Und dann geht ihr wieder dahin, wo der Supporter gefressen wurde. Und damit wird das gecheased. Bei der Mechanik, entweder ist es so, dass der Intervall zwischen den beiden Mechaniken, weil normalerweise ist es 7 Minuten 40 ungefähr, und 1 Minute 40, dass der Intervall größer ist. Das heißt, den 1 Minute 40 Venusfliegenfallen-Dingen macht man nicht mehr. Oder es ist folgendes, dass der blaue Telegraph, der auf dem Boden ist, eine längere Zeit braucht, um voll zu werden. Das könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken. Bin sehr gespannt. Klingt aber erst mal gar nicht so schlecht. Der Schaden durch die Muster, bei denen Spieler während des Kampfes mit dem riesigen Kidner auf den Boss schauen sollten oder nicht, wurde verringert. Das ist dieses, blau guckt den Boss an, rot guckt weg von dem Boss bei Big Mama. Der Damage wurde einfach nur verringert. Okay, ist kein One-Shot mehr, das ist sehr, sehr nice. Da sind auch immer sehr, sehr viele dran gestorben. Spieler sterben nicht mehr, wenn sie eine Konfrontation während der Kidners Kampf im unterirdischen Raum nicht bestehen, sondern erleiden jetzt stattdessen massiven Schaden. Okay, das heißt, wenn die Schlange gefällt wird, was niemals passieren darf, weil das eigentlich super, super easy ist. Kann aber passieren, wenn man abgelenkt ist oder jemand disconnected, was auch immer. Ist kein One-Shot mehr, also nicht mehr Gruppe wird gewiped oder alle sterben, sondern ist nur noch ein massiver Schaden. Also etwas, das man schilden kann, rein theoretisch als Supporter. Was sehr, sehr nice ist. Okay, cool. Wenn sich Ikidnas Anzeige während des Kampfes im unterirdischen Raum füllt und die Schlangen versuchen, Ikidna zu erreichen, das ist die 100% Mech, wurde die Anzahl der Angriffe, um eine Schlange zu töten, um 20% verringert. Außerdem kommen keine roten Schlangen mehr heraus. Relativ easy erklärt. Das ist die 100 Bar Mech. Die Schlangen gehen von außen zu Ikidna. Ikidna kann nicht angeguckt werden, weil die dieses Auge hat, womit sie Leute übernimmt. Ihr müsst diese Schlangen attackieren mit Multi-Hits, damit die Schlangen dort nicht hingehen. Erstmal werden die Multi-Hits verringert und, und das ist sehr, sehr wichtig im Hard-Modus, im Hard-Modus kamen noch so Schlangen, die mussten gestunt werden. Also mit der Sleep-Bombe abgeworfen werden, was auch immer. Gestunt werden durch irgendeinen Schockeffekt oder was auch immer. Diese kommen gar nicht mehr. Also diese roten gibt es gar nicht mehr. Und die anderen sind einfacher zu töten, was sehr, sehr nice ist. Und jetzt nur der schwierige Modus. Ja, aber, warte mal, aber hier bin ich... Okay, ist mit schwieriger Modus, okay. Schwieriger Modus. In dem Muster, bei dem Spieler die Form vom Spiegel abgefeuerte Energiekugel während des Kampfes mit Ikidna verbinden müssen, ist wieder dieser Wegfahrt verbinden, ja, in der ersten Phase, werden keine kleinen Blumen mehr erzeugt, wenn zwei Charaktere auf einem Feld stehen. Also es ist quasi dasselbe, man kann genauso bauen wie im Normal-Modus. Relativ easy. Wenn der Ikidna's TP im unterirdischen Kampf auf Null erreicht, wurde das Fangmuster so geändert, dass das Zeichen der Schlange von anderen Spielern gesehen werden kann und nicht nur vom gefangenen Spielern, wenn das Fangmuster verwendet wird. Okay, relativ easy. Nullbar-Mechanik, ja. Es muss immer einer gegrabt werden, die werden dann nach oben geworfen und die sehen dann so ein Muster, 1, 9, 5 oder so, ja, zum Beispiel. Und dann muss je nachdem gecountert werden. Wenn der erste rot ist, werden die letzten beiden gecountert. Ist der erste blau, wird der zweite nicht gecountert, sondern der dritte, bla bla. Manch, ähm, das, was jetzt passiert, ist folgendes. Einer wird gegrabt, der wird nach oben geworfen und alle sehen das Muster. Also alle sehen die, die, die Dinger, die aufblinken, sodass die, die, ähm, wie sagt man, Verantwortung nicht mehr auf den Gegrabbten liegt, sondern auf allen Spielern gleichzeitig. Was sehr, sehr nice ist. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn man gegrabt wird. Zumindest gehe ich davon aus, sonst würde es keinen Sinn machen, äh, irgendeinen Spieler grabben zu lassen. Ja. Okay, aber das ist eine gute Änderung, gefällt mir gut. Das ist sehr, sehr nice. Im unterirdischen Kampf wird die stille Schwächung jetzt schnell im Jumprope-Muster, bei dem Spieler, der sich langsam ausbreitende rote, äh, Wellenlänge ausweichen, ja, aufgehoben. Ähm, genau. Ihr seid während der Jumprope-Mechanik nicht mehr, ähm, nicht mehr silent. Das heißt, ihr könnt Skill-Seiten setzen, ihr könnt, ähm, ihr könnt Bomben werfen und so weiter und so fort. Das ist einfach nur damit, wenn jemand übernommen wird, konntest du nichts machen. Du konntest gar nichts machen. Du warst silent und der hat dich einfach gekillt. Also ganz easy. Ganz simpel. Ja. Oder der wurde gekillt von, von Eternia oder was auch immer. Jetzt ist es so, dass du dagegen vorgehen kannst. Du kannst ihn abwerfen mit einer Bombe und so weiter und so fort. Die Leute rausholen. Beziehungsweise du kannst schilden und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr geil. Gut gemacht. Also gute Änderung. Sehr, sehr gute Änderung für Ikidna. Macht das Ganze auf jeden Fall deutlich einfacher. Deutlich, deutlich einfacher. Und macht es nicht so einfach, dass es free ist, sondern einfach nur deutlich einfacher. Was sehr, sehr nice ist. Jetzt haben wir Theme ein. Hm, Portal 1. Sehr, sehr wichtig. Äh, wenn die Tante einen Status-Effekt verursacht und den Spieler packt, wird sich dieser Status-Angriff nicht mehr auf Spieler mit Immunität gegen diesen Effekt aus. Okay. Er wirkt sich dieser Status-Effekt nicht mehr. Okay, okay. Also wenn du eine Immunity hast, zum Beispiel du hast Guardian-Tune vom Dingens, von der Barden oder so drauf und die würde einen Status-Effekt auf dich machen, äh, zählt das nicht mehr. Zumindest verstehe ich das so. Ähm, ja. Äh, jetzt kann die dunkle Anbieterin ähm, warte mal, jetzt? Kann jetzt? Okay. Ähm, zur gleichen Zeit wie im Schwierigkeitsgrad Normal sterben. Das heißt, äh, in der letzten Mechanik, ja, ab 50 Bars ist es ja so, äh, beziehungsweise bei 35 Bars ist es ja so, dass man den vollen Burst mit Adrenalin, also man kriegt ja diese Adrenalinstacks, wenn man Balthor macht und man burstet die eigentlich runter, versucht die runter auf Null zu holen. Wenn man das nicht schafft, kommt dieses große Auge, also, davor war es so, es kommt immer das große Auge und man muss die letzte Mechanik spielen. Wenn man jetzt genug Burst hat, kann man dieses große Auge skippen und die einfach töten. Also von 35 Bars auf Null, fertig, ganz easy. Ähm, ist eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Änderung, gefällt mir gut. Portal 2, Schwierig-Modus, äh, Walinac stellt nach bestimmten Mustern keine TP mehr her. Äh, im Hard-Modus war das so, wenn der weggeflogen ist und ihr euch unter ihn positionieren musstet, ja, äh, weil er diese AOE-Blitz-Attacke gemacht hat, hat er immer so zwei Bars geheilt, anscheinend. Ähm, das passiert jetzt nicht mehr. Relativ easy. Das ist okay, gute Änderung für 1 und 2. Portal 3, der Schwierigkeitsgrad der Clash-Mini-Spiele wurde verringert, das hatten wir schon. Ja, dieses Update war bereits in einer früheren Version enthalten, ist aber Teil des Gesamt-Updates für T-Mains Schwierigkeitsgrad. Okay, relativ easy, ja. Die Anzahl der zum Zeitpunkt des Angriffs im Kampfgebiet verbleibenden sicheren Zonen wurde erhöht, wenn T-Main, der Lichtbringer ein Muster hat, in der er nach und nach die sicheren Zonen im Kampfgebiet entfernt und einen mächtigen Angriff entfesselt. Das ist die Safe-Spot-Mechanik. Die habt ihr einmal bei 225 und einmal bei 50 Bars. Ja, das ist, sonst war das immer so, ähm, okay, du hattest Glück oder Pech, unten war auf einmal alles weg. Das passiert jetzt nicht mehr, du hast mehr, mehr Safe-Spot-Zonen und die sind besser verteilt. Das heißt, du hast im Norden eine, im Süden, im Osten und im Westen auf jeden Fall eine. Ja, das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die Mechanik auf jeden Fall nicht mehr so oft rein scheißt, sowohl im Normal- als auch im Hard-Modus. Ähm, die Angriffsreichweite, der Angriffsmuster von T-Main, der Lichtbringer, wurde angepasst, damit er sich schnell vorwärts, rückwärts bewegen kann, wenn er sein Schwert wirft. Äh, damit die Spieler hinter T-Main keinen Schaden erleiden. Relativ easy, wenn der, wenn der diesen, ähm, wie, wie nennt man das? Virgil, nennen wir das immer. Wenn er diese ganz vielen Slashes auf jemanden macht, ja, die immer Stacks geben würden, also, wunden Stacks geben würden. Wenn man da zu früh von hinten angreift, kriegt man auch immer nen Stack ab. Das Ganze wurde jetzt gefixt, also die Range wurde gefixt. Das heißt, ihr könnt, in dieser Phase könnt ihr euren Damage nochmal pushen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr nicht derjenige seid, der Target hat. Was sehr, sehr nice ist. Also allgemein ist man jetzt hinter T-Main safer bei Mechaniken. Was halt sehr, sehr geil ist. Also sehr, sehr nice. Dann gibt's allgemeine Fehlerbehebungen, aber die sind nicht wichtig. Der erste Punkt ist aber super, super wichtig, gerade für neue Spieler. Spielerinnen können jetzt einen Event-Powerpass nutzen, ohne den Trusted-Status zu haben, also vertrauenswürdigen Status zu haben. Unser Team wird die Daten, das Feedback und die Auswirkungen prüfen, die nächsten Schritte und eventuelle Anpassung des Vertrauenssystems festzulegen. Für wiederkehrende Spieler und für neue Spieler ist das insane gut, wenn ihr keinen Trusted-Status habt. Und jetzt kommen bestimmt einige von euch und sagen, ja was ist mit den Bots? Bei den Bots ist es irrelevant. Komplett egal. Die können jetzt, die können eh kein Gold machen. Die müssen normale Rates machen, damit sie Gold bekommen können. Du kannst erst was in den Markt stellen, wenn du Gold hast. Weil egal was du reinstellst, die Kosten, das reinzustellen, sind immer ein Gold. Also mindestens ein Gold. Also du bezahlst immer, auch wenn du etwas für ein Gold reinstellst, bekommst du ein Gold. Also beziehungsweise bekommst du ein Gold abgezogen. Das ist wichtig. Das heißt, die können eh nichts reinstellen. Die können zwar angeln, die können früher Chaos-Dunge machen, bla bla bla, oder einen höheren Chaos-Dunge machen, etc. pp. Aber das ist komplett egal. Gerade für neue Spieler ist das absolut insane wichtig. Also sehr, sehr gut. Sehr big. Ein dickes Plus, ein dickes W. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ausrüsten des Skins Hose der lockeren, wichtigen Passform, keine Ahnung, das Aussehen bestimmter Gegenstände und Skins bei der Klasse der weiblichen Kampfkünstlerin verändert hat. Okay, keine Ahnung. Kein Plan. Irgendein Skin-Problem wurde behoben. Ein Problem wurde behoben, bei dem manchmal die Textur für den Whirlpool auf der Indigo-Insel gefehlt hat. Okay. Ein Texturfeder wurde behoben. Zwei kleinere Probleme mit der Benutzeroberfläche des Marktes wurden behoben. Okay, cool. Overall, sehr nice. Das, was zu erwarten war, meiner Meinung nach. Mehr sogar, als ich erwartet hätte, bei IKidna zum Beispiel. Ich bin sehr zufrieden mit den Änderungen. Ich wünschte, die hätten bei Arkan im Hard-Modus etwas gemacht, weil das alles nur Normal-Modus ist oder Normal- und Solo-Modus. Ich glaube, die Leute Jalen aktuell in Arkan Hard-Modus deutlich mehr als im Normal-Modus und im Solo-Modus. Die IKidna-Updates sind absolut insane gut, meiner Meinung nach. Sehr, sehr gut getroffen. Und die Thelma-In-Updates sind auch sehr, sehr nice. Also gerade der Punkt dieser hier mit den Sicherheitszonen bei der 225 und 50-Bar-Mechanik absolut wichtig, absolut notwendig, meiner Meinung nach. Wird sehr, sehr viele Vibes oder Restarts verhindern, was sehr, sehr nice ist. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Wenn ihr Infos zu den einzelnen Punkten hattet oder habt, die ich nicht verstanden habe oder die ich nicht direkt einordnen konnte, lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Wenn ihr möchtet, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Ich bin da jeden Tag live und wir machen Daily-Kram, wir raiden zusammen und so weiter und so fort. Es gibt viele Learning-Runs und so. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir da auch direkt Fragen stellen oder direkt Feedback geben. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Reset. Viel Erfolg bei den Raids und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.